Die 4H des Bieres. Und zwar in der Gesundheit. Die 4H des Bieres. Und jeder, der kommt und Kritik weitergibt, das sagt ihr jetzt irgendwo mal weiter und dann sind die sprachlos, perplex und kommen nächstes Mal ganz sicher mit. Die 4H heisst unter anderem, Bier fördert die aktive Hirndurchblutung. Erstes H. Das zweite, das Bier fördert die absolute Harnförderung, weiß ich was alles. Das dritte ist, es fordert absolut die Herzkreislauferkrankheiten, dass die weniger sind, weil das die Arterien aufmacht. Auch das ist wichtig. Und das vierte, die Frau lacht schon, freut sich. Das ist die Sache des Äußerlichen, das ist die Sache der Haut. Du hast eine Haut hinterher, wie ein Kinderpopo. Und das ist eine wunderbare Gesamtsituation. Bier, weltmeistermäßig gesund, absolut biofrei, absolut ohne Chemikalienkolle, weiß ich was alles. Und herzlichen Dank fürs da sein, gebe das so weiter. Alles Gute, ich komme euch gut heim. Tschüss miteinander. Bravare!